Moin Leute, willkommen zu einem kleinen Umfragevideo. Und zwar kommt ja morgen am 27. März Far Cry 5 raus. Ich persönlich werde es auf jeden Fall zocken. Jetzt ist die Frage, wollt ihr, dass ich das Spiel auch zwischendurch streame? Dazu könnt ihr jetzt... Ne, Moment. Jetzt könnt ihr oben rechts abstimmen, ob ihr es sehen wollt oder nicht. Ich würde das Ganze, wie gesagt, zwischendurch einfach ein bisschen streamen, allerdings würde ich mich mit der Story ein bisschen zurückhalten. Ich denke, im Stream werde ich ein bisschen die Welt erkunden, Außenposten einnehmen und so weiter. Wer sich mit Far Cry auskennt, weiß sowieso, was ich meine. Und Season Pass zu Far Cry 5 ist auch noch mein persönlicher Lieblings-Far Cry-Teil als Remaster enthalten, und zwar Far Cry 3. Das würde ich dann auch streamen. Da das Spiel an sich allerdings mittlerweile an die 6 Jahre alt ist, werde ich mich mit der Story da eher nicht zurückhalten. Okay, ich denke, ich habe alles Wichtige erwähnt. Wie gesagt, stört auf jeden Fall ab, das ist extrem wichtig. Und schreibt eure Meinung zu Far Cry auch gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, man sieht es in dem nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.